aloha ich grüße euch aloha die dritte alter verwalter heute kriege ich es nicht geregelt aber jetzt noch mal aloha ich grüße euch heute geht es um dieses paper embroidery starter kit von action von krafts & co kostet 1 9 90 recht neu bei action ich habe schon ausgepackt ich habe schon ausprobiert ich zeige euch wie es funktioniert und mein fazit dazu wenn ihr wissen wollt wie das alles funktioniert was drin ist und ob ich sage top oder flop dann bleibt dran nach dem intro geht's los jetzt habt ihr die gelegenheit mein kanal kostenlos zu abonnieren das ist kostenlos bleibt kostenlos ich würde mich freuen natürlich auch über ein däumchen oder über netten kommentar schön dass ihr dran geblieben seid danke dass ihr meinen kanal abonniert habt soja im broderie paper embroidery starter kit 1 99 ich konnte mir gar nicht so richtig was darunter vorstelle ich denke immer mit sticken und so ich denke acht probier mal aus ich habe auch die rückseite angeschaut und könnte interessant werden das heißt ich könnte ich kann stecken was ich möchte auf papier hört sich total cool an ja ich habe es natürlich schon aufgemacht ich habe es nur noch mal rein gestopft für euch wir gucken jetzt mal den inhalt an und zwar haben wir einmal diese schablonen also das komplette abc dann kommen die buchstaben und noch so ein paar nette zeichen noch eine schleife und smiley herz stern etc das ist dabei die sind auch recht stabil also die sind nicht hier ich kann ja aber die sind echt stabil dann ist so eine kleine süße matte dabei krafts and co und dann haben wir dreimal ja gar kein ist es kein gar das ist wie wolle es ist keine ahnung fünf strengig acht strengig ich habe nicht nachgezählt auf jeden fall alter verwalter aber da komme ich gleich zu dann ist hier so eine prickel nadel dabei und eine nadel womit man das stecken kann so dass sie ich zeige euch jetzt mal erst mal mein beispiel nicht aufs papier kommen das ist schief ich habe einmal hoch gesteckt ging super was nicht super gegen mit dieser nadel dieses garn einzufädeln ich habe gezirkelt und gemacht ich habe hier ein von meinem letzten holz aldi hatte die lupe gekauft hat nicht funktioniert habe ich meiner tochter gegeben die hat junge augen mit 19 jahren keine brille hat sie nehmen geht gar nicht so dann habe ich mir mal das war glaubt von wohlwurst oder von t die diese wollen nadeln wo habe ich das hatte ich eben aufgemacht stopf nadeln sind das glaube auf jeden fall habe ich mir dann diese nadel genommen ich lege die mal zum vergleich dahin also die habe ich mir genommen und dann ging es schon wesentlich besser also richtig cool und ich habe mir noch zu hilfe genommen ein feuerzeug liebe kinder das bitte nicht nachmachen nur unter aufsicht und wir fädeln das gleich auch ein aber man ist natürlich nicht an diese farben gebunden wer hat nicht ganz viel garn zu hause ob dickeres oder dünneres oder ob glitzer also sind ganz ganz viele möglichkeiten der fantasie keine grenzen gesetzt ich finde es mega gesagt dieses hoho habe ich gemacht und ich habe einmal dieses schleifchen gemacht guck mal wie niedlich ich bin es total süß so und wir machen jetzt mal ich würde sagen das herz wir machen das herz und ich hatte mir eine kleine karte zurecht geschnitten in sechs mal 8,5 das ist auf leger etz größe und manchmal blau ich glaube wir machen das blau und jetzt könnt ihr gucken wie ich das also überall nadeln bei ach das sind drei nadeln bei habe ich noch gar nicht gesehen und ehrlich gesagt habe ich mir hinten die beschreibung auch nicht großartig durch gelesen ich mal gucken hätte ich wieder ein anderes video gucken und denkst du hättest ja auch noch sagen können im großen und ganzen ist das alles das ist die beschreibung habe ich auch fotografiert in meiner facebook gruppe habe ich das foto hochgeladen da seid ihr auch alle herzlich willkommen und in der infobox findet ihr den link so ich nehme jetzt mal hier so ein bisschen von der wolle also für mich ist das oder ja gar nicht weiß es nicht also ist ganz schön hier habe ich so ein stück von dem roten und das könnt ihr hier sehen wie wie viel väterich der ist fällt väterich fertig ich weiß es nicht also auf jeden fall ganz schön hier so und ich nehme mir das einmal ein bisschen spucke sorry und dann nehme ich mir das feuerzeug und mache so ein bisschen dass das schon glatt wird und dann nehme ich meine wollen nadel oder stopf nadel und fädel das ein eben hat es die ganze zeit gut geklappt ich habe die brille nicht auf aber ja eins ist nicht durch so machen wir das ganze normal also ist jetzt so mein trick um das rein zu kriegen wenn ich das jetzt nicht schaffe nämlich die brille ich bin voll daneben moment aber der ein oder andere von euch ist ja auch so alt wie ich oder älter oder schlechtere augen der wird wahrscheinlich jetzt sagen ja genauso geht es mir auch für alle anderen entschuldigung nee ich muss noch mal abschneiden aber das seht ihr ich schneide das nicht raus ihr wisst das ich schneide zwar meine videos zusammen also ich drehe immer in kurzen sequenzen meistens und dann schneide ich das zusammen aber ich schneide nichts raus ich drücke dann höchst auf pause und versuch es zu fummeln aber auch das möchte ich jetzt eigentlich nicht machen es hat eben echt funktioniert durch gedacht ja cool du bist voll sicher mach das mal ihr müsst jetzt nicht mit den augen drehen oder vorspulen geschafft seht ihr cool so drin auf jeden fall habe ich gestern wesentlich länger gefummelt mit der kleinen nadel bis ich mir dann endlich die große nadel geholt habe ich mache mir dann hier hinten so einen knoten rein vielleicht auch noch einen zweiten so möglich dann übereinander und dann habe ich hier meine matte habe ich hier meinen aufleger und dann muss ich gucken nicht ungefähr mittig bin ich mache das so dann sehe ich auch ungefähr ob ich mittig bin ihr legt das auf und dann stecht ihr einfach in diese löcher mit der prickel nadel und das war es auch schon und dann zieht ihr die fäden dadurch also ist echt easy nur das einfädeln nicht so das war's ja hier hinten steht das so ein bisschen ab die kann man ab machen wenn man möchte muss man nicht so und dann fangen wir mal an auch das denke ich ist ja immer lustig ist ich weiß es nicht aber vielleicht habt ihr sind ja ein paar sticker unter euch die sagen nein so und so so und dann könnt ihr sehen wie schnell das gemacht ist ich stelle es mir nur ein bisschen tricky vor wenn ich ein längeres wort oder vielleicht auch einen ganzen satz stecken möchte dass das halt alles ziemlich gleich ist also auf gleicher höhe aber da hat man mit sicherheit auch so hilfsmittel wie man das machen kann vielleicht mit bleistift irgendwie ein bisschen sich eine linie ziehen oder 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 da sind wir ja alle kreativ und dann funktioniert das schon ich wollte euch aber jetzt nicht zusehen lassen wie ich vielleicht pro weihnachten stecke obwohl das ist auch ziemlich lang die buchstaben sind recht groß ich messe gleich mal nach ja das ist sehr kurzweilig und man hat echt was schönes individuelles und das schöne daran finde ich auch man kann das individuell herstellen für einen namen stecken oder 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 ich kann mir das auch sehr gut für das bullet journal vorstellen den monatsnamen vielleicht mal zu stecken und ja ich bin es toll also für 1,99 macht man nichts verkehrt man hat eine prickel nadel man hat die matte und man hat die schablonen und eine kleine nadel drei kleine nadel und ein bisschen wolle und wie gesagt wir haben ja alle genug garn und wollen und vielleicht auch ein bisschen glitzer band oder 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 warum will das jetzt nicht dadurch so moment so ja fertig schon habe ich dann ein kleines herzchen ja ich finde es cool vor allem dass man da schön namen stecken kann dann vernähe ich das hinten noch kurz und dann schneide ich das ab und fertig also ich empfehle auf jeden fall eine größere nadel weil ich bin gespannt was ihr sagt wenn ihr das set habt und jetzt wollte ich euch sagen wie groß die buchstaben sind natürlich kein ding so zehn in der breite circa zwei zwei zentimeter und in der höhe zweieinhalb zweimal zweieinhalb zentimeter also muss dann wirklich schon gucken ich hatte das könnte natürlich dichter zusammen machen aber es würde nicht auf eine normale grußkarte passen außer ich würde die buchstaben dichter aneinander das kann man ja machen aber das war mein erstes und da habe ich erst mal so ich habe erst das haar genommen und habe das da rein gestochen dann habe ich mir das so genommen und habe an dem n hier oben moment schlägt das mal so an dass ich hier oben den roten faden von dem haar sehen konnte und dann habe ich gestochen aber man könnte natürlich auch ein tick weiter jetzt so nach hier gehen und dann dass das näher dran ist und dann würde das hohoho auch auf eine andere karte passen vielleicht wollte er auch einen kurzen namen machen oder vielleicht auch nicht frohe weihnachten sondern frohes fest es gibt ja verschiedene abkürzungen was man machen möchte ich finde es cool also mein fazit super set 1,99 absolute kaufempfehlung aber aber holt euch eine andere nadel dazu weil das funktioniert nicht und ansonsten ist das top und vielleicht halt ein feuerzeug zur hilfe je nachdem was für garn ihr nehmt aber hiermit geht das ja schon besser vielleicht habt ihr ja auch eine einfädelhilfe ich habe nur diese alten wie es die früher gab aber die sind ja von der qualität her nicht mehr so die hole ich immer im dreier set und die benutze ich zweimal dann gehen die kaputt ich hatte mir ja eine einfädelhilfe von prim prim ich weiß nicht also pr y m von dem nee artikel hersteller bestellt bei amazon das kam ja ohne beschreibung aufgerissen und dann habe ich das so wieder zurückgeschickt weil ich konnte so ich brauchte eine beschreibung vielleicht hat einer von euch dieses teil und kann mir sagen funktioniert das oder vielleicht hat einer von euch eine andere ideale einfädelhilfe lasst es mich wissen unter den kommentaren würde ich mich freuen also von mir dieses teil absolut top andere nadel und eventuell anderes garn weil man möchte ja auch nicht alles in rot oder in blau oder in gelb machen neun wir haben ganz tolle garne von action oder auch diese tollen garne von kreativ depot und noch 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 also das sind jetzt nur beispiel hafte firmen die ich dann nenne es gibt natürlich noch eine menge andere sachen und ja ich hoffe ihr bekommt das alles und wenn ihr es denn schon habt schreibt mir in die kommentare ob ihr zufrieden seid was ihr davon haltet ist natürlich so ein set das wird man nicht so oft nutzen aber so ab und an um so ein paar highlights zu setzen auch ich finde das eigentlich ganz nett ja ansonsten würde ich sagen das war es erstmal ja was folgt ich will ja nicht zu viel versprechen aber meine black friday einkäufe kraftelige bestellung ich habe zugeschlagen ihr lieben und natürlich globeland kooperation richtig cool ja und irgendwann mal noch meine geburtstagsgeschenke aber mein tag hat auch nur 24 stunden bitte seht mir nach und ich muss das wirklich komprimieren ich werde keine acht videos zu meinen geburtstagsgeschenken machen aber schon eine kleine wertschätzung für alle die an mich gedacht haben auf jeden fall ihr lieben bleibt gesund kommt in meine facebook gruppe meldet euch an zum etc tausch in der etc tausch gruppe von nie liefern handy und meine einer ihr seid alle willkommen und in der infobox steht die handynummer da könnt ihr euch drüber anmelden per whatsapp und ja ich glaube ansonsten hatte ich alles gesagt ich zeige euch schon mal eine kleine sneak peek mit meinem black friday deal was eigentlich auch geburtstagsgeschenk ist so das war es aber bleibt neugierig schaltet wieder ein und bleibt gesund das wichtigste bis dann tschöö so Bis zum nächsten Mal.